Musik Bei unserer Geschirrtuch-Challenge werft ihr ein Zandsäckchen oder einen anderen beliebigen Gegenstand so oft wie möglich mit einem Geschirrtuch oder einem kleinen Handtuch hoch und fangt diesen wieder auf. Pro gefangenem Gegenstand bekommt ihr einen Punkt. Tragt die Anzahl eurer Punkte in die Ergebnisliste ein. Diese findet ihr in der Beschreibung unterhalb dieses YouTube-Videos oder auf diesem Link auf der Website des TV Altdorf. Viel Spaß bei der Challenge! Musik So, ich hoffe, die Tages-Challenge hat euch gut gefallen heute. Morgen gibt es wieder eine neue. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß weiterhin. Musik Musik